ich habe nämlich was richtig cool ist am start für euch und zwar zeige ich das mal schnell und zwar hier kurz werbung in eigener sache aber richtig nice und zwar jetzt morgen am freitag heute ist donnerstag oder ja morgen am freitag kommt nämlich in meinem shop eicramix.shop das neue school wandel rein ja ich zeige euch das mal und zwar das auch wieder extrem limitiert wie die badehose wenn das ganze ausverkauft ist dann ist das auch wieder weg aber ihr könnt mir jetzt hier mal im live chat ihr könnt mir mal direkt reinschreiben wie ihr das findet und zwar ich dachte mir es sind ja jetzt sommerferien oder viele haben noch schule manchmal auch schon sommerferien auf jeden fall dachte ich mir wenn nach den sommerferien die schule wieder weitergeht möchte ich natürlich dass ihr optimal vorbereitet zeit und deswegen gibt es ein komplettes schulset dazu gehört einmal natürlich der turnbeutel und jetzt passt mal auf passt mal auf leute passt mal auf leute die i cry max brotbox ich bin richtig stolz darauf wisst ihr wie lange wir an dieser brotbox gearbeitet haben hört sich vielleicht dumm an aber die maße leute wir haben glaube ich fünfmal die maße geändert von dieser brotbox so dass da wirklich auch ordentlich was rein passt hier mit doppelt verschluss guckt euch das hier mal an kamera fokussiert hier schön mit i cry max logo drauf hier auf beiden seiten so ein doppel verschluss und ich würde sagen eigentlich so die optimale größe so ein schönes brot und so passt auf jeden fall rein auch schön in schwarz leute viele fragen auch immer warum ich so viele produkte in meinem shop in schwarz habe aber ich will auch einfach nicht dass es so nach kindergarten aussieht also weil ich klar ihr könnt ja mal reinschreiben leute ich weiß ich habe auch viele jüngere zuschauer aber seid mal ehrlich oft finde ich so sachen auch einfach voll auf kindig wenn das so todes bunt ist und so wisst ihr was ich meine und ich weiß noch damals als ich in der schule war man will ja auch irgendwie in der schule wenn man man ist zwar jünger man ist vielleicht zwölf 13 14 aber trotzdem will man ja nicht mit kinder sachen rumlaufen wissen wie ich meine ich kenne ich kenne euch doch so ihr seid zwölf 13 14 vielleicht älter vielleicht jünger man will ja aber trotzdem irgendwie das cooles haben schwarz einfach beste einfach clean spa schwarz das sieht richtig nice aus also nicht so irgendwie so eklig komische brotbox einfach richtig schön also beim einem school bundle beim i crimex schulset auf jeden fall der turnbeutel die brotbox dann geht es natürlich noch weiter leute guckt euch mal diese trinkflasche an guckt euch bitte diese trinkflasche an so kann die kamera das mal bitte ein bisschen fokussieren hallo kamera fokus fokus auch hier war schön in matt schwarz mein logo richtig wertig und man hört ihr das hatte richtig schön aus metall aus metall ist das ding ja hier noch so ein ding so eine halterung und das ding leute richtig krasser verschluss sehr sehr krasser verschluss also damit kann ich euch versprechen da läuft auch kein apfelsaft aus so das kann man nämlich hier richtig schön verschließen zack 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 schön zudrehen leute damit nichts ausläuft und dann natürlich hier auch noch das mäppchen leute so hier auch einmal fokussieren natürlich mit hochwertigem stick leute nicht drauf gedruckt schön eingenebt eingestickt leute also wenn das seid ehrlich leute jetzt seid ehrlich das schulset ist schon weiß hier mit einmal im fach für so keine ahnung so kleinere sachen so lineal oder sowas rein zu machen und dann haben wir hier noch einmal so ein breiteres fach für die ganzen stifte füller radiergummi wurde er war zehn von zehn also ich muss auch sagen ich bin sehr stolz darauf haben wir tatsächlich auch uns sehr lange gedanken gemacht ich mit meinem team alles alles natürlich wie immer eigene produktion also wie auch bei meinen shirts eigene labels eigene text und so weiter also das ist hier kein kein billig scheiß wie andere youtuber das machen und das gibt es eben alles in einem set im i cry max school bundle ab morgen 12 uhr in meinem shop i cry max.shop wie gesagt nur solange der vorrat reicht ihr kennt mich ich sage das nicht irgendwie als verkaufsstrategie oder so aber ich habe es auch bei den badehosen gesagt die badehose war auch limitiert ist ausverkauft und so wird es eben auch bei dem schulset sein also wenn das ganze ausverkauft ist wir können dieses jahr keine mehr nach produzieren wie gesagt das ist alles eigene produktion das kriegen wir dies jahr nicht mehr hin deswegen also wenn es weg ist es weg wenn ihr es haben wollt zeit auf jeden fall morgen am start des bescheid und leute das ganze soll natürlich nicht nur werbung sein ich will euch jetzt nämlich noch zeigen was demnächst noch alles kommen wird die produkte die ich euch jetzt zeige die sind noch nicht im shop dieses dauert auch noch ein bisschen bis sie in shop kommen aber will ich euch trotzdem zeigen leute mein absoluter favorit guckt euch das hier mal an ja viele viele haben viele haben es ja schon erwähnt oder ich habe sie auch gerade schon erwähnt viele haben es vielleicht auch kritisiert oder auch sich gewünscht dass wir auch mal andere farben bringen bis jetzt aktuell alles schwarz im shop aber leute guckt euch mal diese sommerfarbe an guckt euch diese sommerfarbe an also ich sage euch ehrlich dieses t-shirt bis wir diesen beige ton hatten leute ich glaube 5 5 versuche reicht nicht aus 5 versuche reichen glaube ich nicht aus immer wieder neu produziert immer wieder neu eingeschickt also ich bin wirklich generell auf mein merch ich bin eigentlich darf man das nicht nennen eigentlich ist das meine marke muss man so nennen bei merch ist eine beleidigung dafür gesetzt bei allen t-shirts bei allen produkten vielleicht sind ja auch hier der ein oder andere im live chat der schon mal was bestellt hat aus meinem shop dann schreibt jetzt mal bitte rein wie die qualität ist wirklich ich sag euch jetzt no front an andere youtuber aber meine sachen haben nichts eigentlich mit youtuber merch zu tun wirklich das ist das ist ihr seht das eigene produktion da ist nicht irgendwie so fruit of the loom oder irgendein komischer merch anbieter ding nein das sind eigene schnitte diese stoffe das ist so wie ich meine t-shirts am liebsten trage eigen produziert so wie ich gesagt habe so sind die schnitte cool für meine zuschauer wirklich dicker stoff leute der druck aus der wild eigene tags guck mal leute wenn ihr was bestellt einfach eigene tags leute welcher youtuber zu ein merch mit eigenen tags an den eigenen labels bild also auch die neue farbe muss ich sagen gefällt mir unfassbar gut wirklich sehr sehr wild geworden das beige shirt kommt lass mich nicht lügen ich glaube das kommt in einem monat circa einen monat wird das in den shop kommen jetzt morgen erstmal der school drop in einem monat circa kommt wie gesagt das beige shirt auch sehr nice wir haben sehr sehr viele coole sachen geplant leute ich zeige euch jetzt auch noch ein paar prototypen mit denen wir aber noch nicht so ganz zufrieden sind da könnt ihr jetzt ja auch mal als live chat sagen was ihr euch daran anders wünscht ja bin ich glaube ich auch also das sind jetzt noch zur zukunftsvision an denen wir gerade arbeiten und zwar ist das einmal noch hier so ein maus pad an dem wir arbeiten finde ich auch ganz cool schon das ist so so leder optik mäßig dann haben wir hier nämlich auch noch mein mein label eingestand also den i cry mix schriftzug mein logo so eingestand an sich von der qualität finde ich schon sehr gut also wirklich auch so schön eingeprägt hier so leder optik gefällt mir extrem gut aber leute das ist sehr klein guck mal im vergleich zu meiner maus also das habe ich auch schon der produktion gesagt wir brauchen das auf jeden fall größer das maus pad ist sehr sehr klein gerade wisst es leute als gamer braucht man auf jeden fall ein größeres maus pad wenn man mal über den ganzen bildschirm aimen muss ist das auf jeden fall ein bisschen größer auf jeden fall ja safe also m7 schreibt sie auch gerade auf jeden fall ein bisschen größer aber ein qualitativ ist das schon bin ich schon also qualitätscheck ist schon top aber muss noch ein bisschen größer gemacht werden und einige haben auch geschrieben kein leder soll es sollen wir lieber ich glaube so stoff optik soll mir lieber stoff machen ich dachte vielleicht war falls man im getränk oder sowas ausläuft fand ich das halt gut einfach zum zum abwischen seid mir ehrlich schreibt mal stoff in den chat oder leder lieber was ihr besser findet ist halt deshalb pflegeleichter also hier muss man hier muss man halt dazu sagen wenn euch hier eure limo wenn ich hier die paulberger limo mal ausläuft oder sowas das kann man halt besser abwischen stoff ist halt weiß nicht doch ist halt vielleicht an sich hat auch vorteile ich weiß es nicht ich weiß es nicht leute muss man mal gucken ich gucke mal leute ich werde das auf jeden fall noch testen bevor es in den richtigen shop kommt wird das noch getestet vielleicht wird es auch am ende stopp schauen wir mal jeden fall das war das maus pad dann sind wir natürlich auch schon an der winterplanung dran so natürlich wird es auch mützen geben hierbei der mütze ich kann ja mal kurz aufziehen bin ich aber ehrlich gesagt mit dem schnitt noch nicht zufrieden der stick ist schon sehr sehr nice geworden ja einmal ich zeige euch das mal in der nahaufnahme der stick ist schon sehr sehr nice geworden gefällt mir natürlich auch wieder hochwertig sehr sehr gut verarbeitet aber ich zeige euch jetzt mal warum ich die die mütze warum ich damit noch nicht so ganz zufrieden bin und zwar leute das jetzt die mütze leute und ich hasse das bei mützen zu weit genau hier puschel schreibt es auch schon ist zu weit und zwar hier oben steht was ab die müsste so enger sein also wenn jetzt quasi so wäre wenn die mütze so wäre wäre es perfekt aber hier oben da ist noch ein bisschen da müssen noch so zwei drei zwei drei zentimeter müssen da quasi noch abgeschnitten werden aber dann ist die an sich ist sie dann schon würde ich sagen sehr sehr cool dann ist sie auf jeden fall nice aber muss auf jeden fall noch ein bisschen gekürzt werden und sieht man aus wie so ein zwerg darum läuft dann kommen wir jetzt noch zum letzten produkt und zwar eigene socken auf jeden fall auch sehr sehr nice ich bin jemand ich trage immer tennis socken also real talk ich habe in meinem schrank real talk leute ich habe nur tennis socken ich trage egal auf kurze auf langhosen ich trage immer so diese sport tennis socken leute er liebe ich sehr deswegen hatte ich auch die idee crime x socken rauszubringen aber leute ihr seht vielleicht das ist irgendwie noch so voll viel zu wieso verpixelt also das muss auf jeden fall noch das müssen wir noch ein bisschen schärfer hinkriegen das kann man auf jeden fall so noch nicht in den shop reinbringen bin ich noch nicht so zufrieden leider damit ich weiß ich weiß auch nicht was die produktion da gemacht hat keine ahnung muss noch besser gemacht werden also an sich der socken an sich ist natürlich schon gut aber beim socken kannst du halt auch nicht viel falsch machen aber da ist halt irgendwie der stick noch nicht so so gut das sieht ja leider noch zu verpixelt aus so und zwar hatte amazon auf amazon wird nämlich schon seit sehr sehr langer zeit und zwar auf amazon meine freunde wird schon seit sehr sehr langer zeit fake merch von mir verkauft ich zeige euch das mal hier also das ist wirklich schlimm leute ich finde das wirklich schlimm da wird einfach wirklich die ganze zeit fake merch von mir verkauft ich habe auch gemeinsam mit meiner anwältin wir haben amazon schon abgemahnt mehrmals amazon reagiert da einfach nicht drauf ihr wisst es ja ich habe euch das schon öfter mal erklärt oder auch mal in videos gesagt dass das fake merch von mir auf amazon verkauft wird und das krasse ist leute ich werde euch jetzt mal hier eine kleine relapse story erzählen das ist so das ist so dreist dieser typ ne dieser typ der das hier verkauft dieser typ ne ihr müsst euch vorstellen das ist ja sogar aktuelle designs von mir mit diesem lambo logo mit diesem lambo logo aktuelle sachen werden da einfach geklaut da werden wirklich einfach aktuelle sachen geklaut von mir und das krasse ist das ist eine das habe ich schon von meiner anwältin raus gehört jetzt das ist ein ein chinesisches unternehmen oder ein chinesischer unternehmer ich weiß nicht auf jeden fall irgendwas mit china diese firma die haben versucht über einen polnischen anwalt haben die versucht in europa x zu sichern aber das ist mein wort ich habe das wort meine marke x meine marke ich habe das schon gesichert so und dieser typ dieses asiatische unternehmen hat eben versucht jedenfalls das ist ein chinesisches unternehmen was mein merchandise fällt und die klauen hier sogar aktuelle designs wie dieses paulberger design mit dem mit diesem sportwagen hinten drauf das ist ja ganz neu das kam ja erst jetzt ende letzten jahres habe ich das ja erst in meinen shop reingebracht der hat versucht dass über einen polnischen anwalt in europa hat meinen namen zu sichern also a crime x wollte über einen polnischen anwalt in europa sichern also wirklich ganz ganz dreist ganz ganz dreistes ding meine anwältin hat schon mehrmals amazon abgemahnt und wir haben jetzt bis jetzt auch nicht darauf reagiert die frist war bis letzten freitag und deswegen werde ich jetzt amazon verklagen also ich werde jetzt wirklich amazon verklagen es kann sein dass ich sogar mit amazon vor gericht oder gegen amazon vor gericht gehe also wirklich krass aber die reagieren einfach nicht drauf ist amazon es juckt amazon einfach nicht dass dort jemand merchandise in meinem namen verkauft das ist frech dass also das ist wirklich frech und das ding ist ja leute ich möchte ich möchte das jetzt hier wirklich noch mal betonen es geht mir dabei wirklich nicht um geld leute wirklich ich guck mal ich mache zehn jahre youtube ich hatte irgendwann früher hatte ich mein merch gemacht aber das hat mir immer nie so gefallen mit diesen firmen und ich glaube ich habe seit 2017 habe ich kein merchandise mehr gemacht bis letztes jahr mir ging es wirklich wird es mir ums geld gehen hätte ich die ganze zeit merchandise gemacht es geht mir wirklich nicht ums geld ich habe mit meinem merch shop mit meinem shop angefangen als ich gesehen habe dass es dieses fake produkte auf amazon gibt weil ich nicht möchte dass ihr meine zuschauer euch irgendeinen billig scheiß kauft wo kummer t-shirt ein t-shirt für 16 euro denkt ihr das ist gute qualität denkt ihr das gute qualität bro das ist das ist müll das ist müll so und jedenfalls und das schlimme ist ja wenn ihr müll kauft bei diesem fake dann denkt ihr ist dann denken noch leute das wird von mir kommen dann denken leute ich würde meinen zuschauern schlechtes verkaufen und das war der grund bei mir warum ich dann angefangen habe eigenes merch zu machen weil ich nicht möchte dass ihr geld ausgebt und da müll kauft ich möchte nicht dass ihr euer hart verdientes geld oder das von euren eltern für schmutz ausgeht und das ist das ding und deswegen auch noch mal hier zur info bei mir von mir auf amazon ist nur mein buch nur mein buch ist von mir auf amazon alles andere was ihr seht von mir auf amazon ist wirklich fake bitte kauft da nichts bitte supportet diese leute nicht es geht mir gar nicht ums geld aber supportet bitte einfach nicht dieses asiatische unternehmen was versucht mit meinem namen geld zu machen und ich bin sehr gespannt wie das ganze läuft ich werde jetzt amazon wie gesagt verklagen so die haben nicht darauf reagiert auf die abmahnungen seit wochen seit monaten und ja ich bin gespannt ich bin sehr gespannt ob wir das irgendwann mal schaffen dass amazon nicht mehr meine produkte da verkauft weil an sich ist amazon schuld weil die lassen die lassen das durchgehen let's go am freitag ist bescheid morgen zwölf uhr back to school band die i-cremise.show let's go